Der amerikanisch-britische Bildhauer Jacob Epstein war einer der wichtigsten frühen Pioniere der modernen Skulptur in den 1930er Jahren. Eines seiner berühmtesten Werke ist das Grab von Oscar Wilde auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris. Epstein schuf die büsten Prominenter wie George Bernard Shaw, Winston Churchill und Albert Einstein und war einer der Lieblingskünstler der High Society. Seine futuristischen und höchst kontroversen Werke wie Rockdrill gelten als revolutionär, obwohl sie damals keine besondere öffentliche Anerkennung erfuhren. Am Ende des 20. Jahrhunderts ließ sich der französische Modedesigner Jean-Paul Gaultier von Epsteins Rockdrill inspirieren, um seine heute ikonischen Mondo Chauan zu schaffen. Eine Rasse aus rittischer Auslugbesons Film das fünfte Element, die die Erde vor dem Bösen schützen wollen. Eine Rasse auslugbesons Film das fünfte Element, die Erde vor dem Bösen schützen wollen.